Hallo Leute, aus der Presse ist bekannt und aus verschiedenen Lektüren, dass man aus einem Liter Wasser 1800 Liter Gas erzeugen kann. Das habe ich mir gedacht, wollen wir jetzt einfach mal überprüfen, ob das auch tatsächlich den Tatsachen entspricht. Und habe hierfür diesen Brenner aufgestellt. Der Generator ist jetzt so eingestellt, dass er genau 2 Liter Gas in der Minute liefert. Das bedeutet, wenn er 2 Liter Gas in der Minute liefert, dann wird er in einer Stunde 120 Liter Gas liefern. Jetzt habe ich das Ganze hin und her und kreuz und quer gerechnet. Endergebnis ist, es schaut so aus, dass dann in der Minute effektiv 1,11 Milliliter Wasser verbraucht werden. Das heißt, in einer Stunde werden dann 66 Milliliter Wasser verbraucht. Ich gehe jetzt einfach her und zünde den Brenner jetzt einmal an. So, ich zünde jetzt den Brenner an und werde dann diese Flasche über den Brenner stülpen. Und das Ganze soll dann eine Minute dauern. Ich hoffe, dass ich so lange diese Flasche da halten kann und es nicht zu heiß wird. Also, los geht's. Brenner anzünden. Flamme sollte jetzt an sein. Das können wir ja schneller mal prüfen, weil sichtbar ist die Flamme nicht. Doch, das brennt. So, und die Zeitabnahme erfolgt ab jetzt. Wie man sehen kann, brennt jetzt die Flamme eigentlich in die Flasche rein und schon ganz vorne kondensiert das Wasser. Das sollte jetzt effektiv das, was in dem Brenner oder in dem Generator verbraucht wird, durch Kondensation wieder in der Flasche auffindbar sein. Wie man hinten sieht, entsteht ja schon eigentlich, da im hinteren Bereich, sieht man eigentlich schon guten Wasserdampf und sogar Wasserbildung. Noch ist es erträglich. Es ist zwar warm, aber nicht so, dass ich es nicht mehr halten kann. Die Zeit läuft noch. Jetzt wird's warm. Das dürfte jetzt ungefähr eine Minute gewesen sein. Ich kann das jetzt nicht mehr halten. Die Flasche ist schon so heiß, das brennt an den Finger. Daher werde ich das wegnehmen und dann lassen wir das einmal kondensieren. So, damit das Ganze nicht so lange dauert, habe ich das Wasser jetzt, das entstanden ist, durch Kondensation entstanden ist, in der Flasche sich am Boden sammeln lassen. Und es ist in der Tat einiges da. Ich werde jetzt hergehen und versuchen, dieses aufzufüllen, in ein Schnapsglas aufzufüllen. Ein bisschen wird ja verloren gehen. Schütten wir das jetzt einfach mal da rein. Und warten wir noch ein bisschen ab, dass das alles austropft. Naja, ein bisschen Verluste müssen wir halt in Kauf nehmen. Geht nicht anders. So, und dann haben wir jetzt da so eine Doktorspritze. Und versuchen, und ziehen das Wasser, das jetzt da drin ist, in die Spritze auf. So. Ich hoffe, das kann man einigermaßen sehen. So, und jetzt ist die Spritze eigentlich voll. Und wenn man das genau betrachtet, ich versuche jetzt einmal so hinzuschwenken, dass das einigermaßen stimmt, dann haben wir genau ein Milliliter, etwas ein bisschen mehr als ein Milliliter Wasser. Also kann man ganz einfach sagen, die Aussagen, dass man aus einem Liter Wasser 1800 Liter Gas erzeugen kann, sind richtig. Wenn man diese Verluste, die jetzt da entstanden sind, weil ich die Flasche nicht komplett leeren konnte und so weiter, außer Acht lässt, dann ist die Aussage richtig zutreffend. Und man kann sich darauf verlassen. Also, noch einmal kurz zusammengefasst, wenn man einen Generator hat, der zum Beispiel 2 Liter Gas in der Minute liefert, braucht man ungefähr 1,11 Milliliter Wasser in der Minute oder wird der Generator so viel verbrauchen. Alles andere, was drunter und drüber ist, ist dann durch andere Sachen konditioniert oder wird beeinträchtigt. Aber wie man jetzt da ganz einfach stimpelhaft sehen konnte, aus dem ganz einfachen Versuch, stimmen die Angaben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Was man jetzt damit anfangen kann, kann jeder sich selber überlegen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuschauen und Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen.